Hi, mein Name ist Christopher Schacht. Ich bin in vier Jahren allein um die Welt gereist, mit nur 50 Euro, ohne jemals ein einziges Flugzeug benutzt zu haben. Wie ich das gemacht habe, sage ich Ihnen jetzt. Wie ich das gemacht habe, sage ich Ihnen jetzt. Wie ich das gemacht habe. Wie ich das gemacht habe. Wie ich das gemacht habe.